Wer gewinnt die Wahl zur Bude der Saison 23-24? Alle acht Buden des Monats aus dieser Spielzeit treten gegeneinander an. Doch nur eine von ihnen kann die Bude der Saison 23-24 werden. Welche das sein wird, entscheidest du. Stimme noch bis zum 26. Juni in der Lotto-Hessen-Liga-App für deinen Favoriten. Die 1 für Tim Zimpel, 1. FC Erlensee. Die 2 für Jan Gerbich, SV Weidenhausen. Die 3 für Robin Böcher, Tuss Dietkirchen. Die 4 für Ahmed Dogan, SC Hanau. Die 5 für Dominik Wüst, FC Edersheim. Die 6 für Almir Ziga, FC Bayern-Alzenau. Die 7 für Jan Gerbich, SV Weidenhausen. Oder die 8 für Arne-Schütze, Eintracht statt Allendorf. Stimme noch bis Mittwoch, 26. Juni in der Lotto-Hessen-Liga-App und gewinne mit etwas Glück einen Original-Derby-Star-Ball. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg.